wirklich gutes Festwerden. Wenn ich mir die Gesichter anschaue, wie sie reingekommen sind, es ist jeder da, der sich gut unterhalten möchte. Das ist spürbar. Und ich freue mich ganz besonders auch, dass wir das nicht nur heute machen werden, sondern dass diese Zusammengehörigkeit im Geiste des Sozialmarktes Ternitz noch weiter und ich wünsche mir auch noch lange, lange Jahre anhalten wird. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir ja über den Sozialmarkt hinaus einen bezirksübergreifenden Schwarzertaler Social Club begründet. Sie sehen diese Pickerl, Sie haben Informationen am Tisch und wenn Sie aber Zeit und Muße haben, lesen Sie sich das durch. Jeder Einzelne ist gefragt, wir vernetzen den ganzen Bezirk Neunkirchen.